Aurelio und Lala, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir uns auch. Ihr seid 24-7 beieinander, ihr wohnt zusammen. Es wird das erste Mal in eurer Beziehung sein, dass ihr getrennt voneinander seid. Und dann auch noch 2 Wochen ohne jegliche Kommunikation. Was ist die größte Herausforderung? Wir leben in einer offenen Beziehung. Wir sind emotional sehr gebunden, aber körperlich leben wir offen. Aber diese Beziehung basiert auf einem Konstrukt. Nämlich Transparenz. Und Kommunikation. Kommunikation und Ehrlichkeit. Um das klarzustellen, wenn ich mit jemandem schreibe, mit irgendeiner Frau, und das passiert öfter, weiß sie das. Tobi macht direkt große Augen. Tobi, kannst du dir das nicht vorstellen? Ich verstehe, natürlich kann jeder machen, was er will, aber ich verstehe nicht, wie das geht. Also für mich, ich würde, also, ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist ja, auch ihr Männer und ihr Frauen, ihr habt jetzt 2 Wochen lang, um genau darüber zu sprechen. Vielleicht habt ihr 4 danach alle eine offene Beziehung. Deswegen sind wir hier, ganz genau. Na, habt ihr auch schon Feuer gefangen und wollt nicht mehr länger warten? Hier geht es zur ganzen Folge. Hier geht es zu weiteren Highlights. Und wenn ihr das noch nicht abonniert habt, dann holt es mal bitte schnell nach. Und zwar hier.